Und das ist der Ballverlust. Ziehe! Guter Versuch, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Der Reicherer kommt an den Pfosten, aber es geht weiter. So, die Führung. Daraus, jetzt haben Sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. 4KWR. Wird das eine Torchance? Gollberg! Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das sind diese Unwägbarkeiten, die du einfach nicht ausschalten kannst. Hätte durchaus was werden können. Ajax hat jetzt vielleicht mal Platz. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt das Spiel aufziehen. Das ist 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jetzt vielleicht. Und das Tor ist frei. Macht er ihn? Ja, er macht ihn! Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse! Der Ball kommt rein. Da kommt er mit der... Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Da ist er denn! Ein Todescor! Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr.